Und willkommen zurück zu Minecraft. Heute zeige ich euch meine Weizen- und Zuckerrohrmaschine, wo ihr halt ganz schnell Weizen und ganz viel Zuckerrohr ganz schnell bekommt. Die ist so aufgebaut. Hier sind die Plantagen, wo das Weizen angebaut wird. Und es befindet sich, glaube ich, auf sieben Ebenen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ihr könnt so viele Ebenen machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es aber auch als Blumenform nehmen. Zum Beispiel nehmt ihr, wie heißt das nochmal, Knochenmehl. Und dann tut ihr hier das Vollmal. Das könnt ihr ein bisschen weghauen. Dann werden hier halt Blumen angebaut. So kriegt ihr auch viele Setzlinge. Wenn ihr dann einfach die Maschine anhaut. Ich nehm es auch meistens als Blumenform, aber das bringt ja manchmal nicht so viel. Aber das ist eigentlich schon witzig. Ihr könnt halt hier, ja, manchmal kommen auch viele Rote. Und das ist halt, ah, da ist noch was unreif. Ihr könnt's, ja ihr müsst halt ungefähr dreimal so lange warten, weil da kein Wasser zwischendrin ist. Das Wasser wird nämlich hier gestaut. Ist mit Pistons verbunden. Dann hier runter. Und es ist hier drinnen. Oh Gott, wann ist da drin? Ah ne. Ist da verbunden. Und es sind zwei verschiedene Bahnen. Die eine ist da durch, die andere geht hier raus. Die läuft irgendwo unten durch. Und das ist nur für die Pistons. Die aktiviert dann die hier. Dann werden die hier abgeknackt. Dann fallen die hier runter und werden dann mit dem Wasser weggespült. Und genau hier so. Mit Kaktus geht das leider nicht. Da Kaktus einen Platz um sich herum braucht zum Wachsen. Ich kann's euch ja mal kurz demonstrieren. Aber dafür legen wir mal kurz den Klump ab. Oh, ich bin, da ist alles voll. So. Das ist kurz weg. Dann können wir ja kurz gucken, was rauskommt. Hab ich ein Crafting Table hier? Ne, hab ich nicht. Okay. Hier ist die Weizenmaschine. Nämlich da drückt. Geht's Wasser auf. Und jetzt die Zuckerrohrmaschine. Machen wir mal Zuckerrohr an. Ihr seht's oben. In der Ecke. Und blopp. Zuckerrohr abgeschnitten. Das Zucker wurde jetzt abgeschnitten. Und es fällt jetzt hier auf das Band. Ihr seht's ja hier zwischen dem Weizen. Überall. Da überall. Manche fehlen immer. Na, das ist ja auch wurscht. Da könnt ihr, die Bahn könnt ihr hochbauen, wie ihr wollt. Bis dahinten zum Horizont und noch weiter. Ähm, ich hab, manchmal hab ich keinen Bock, so lang zu warten, so drei, vier Minecraft-Tage, dass alles fertig ist. Dann nehm ich das Bauenmühe und mach das fertig. Ich hab ja da hinten meine Monsterfalle. Da kommt genug raus. Und, ja, ich cheate nicht. Nicht. K-k-k-k-k-k-k-t. Okay. Und jetzt machen wir die Wassermaschine an. Jetzt geht ihr in die Pisten so hoch und jetzt kommt's Wasser. Seht ihr's? Und jetzt spült's das ganze Getreide, wird abgeerntet. Seht ihr's? Seht ihr's? Das ganze Getreide wird abgeerntet. Wurde im Wasser jetzt mitgespült. Wusch. Jetzt warten wir mal kurz, bis alles runtergespült ist. Äh, das ist ja wieder ne Menge. Können wir das hier mal kurz sortieren? Das brauche ich nicht. Ah, Zucker zum Morgen. Okay. Und das wird dann alles hier rüber transportiert. Das ist manchmal so viel Zeug, dass es sogar wieder rausdrückt. Seht ihr, wie das da rausläuft? Also wird schon wieder drüber gedrückt. Oh Gott. Okay, was kann ich mir noch erzählen? Ähm, wenn ihr die Maschine nachbauen wollt, das ist ganz leicht. Ich zeig's euch mal nochmal ganz kurz. Oh, das wird immer noch transportiert. Oh, das hängt's auch noch ein bisschen. Aha. Nein. So. Sind wir da. Ja, ha. Halt die Klappe. Warte mal. Nehm ich auf? Ja, nehm ich. Mein Computer, ich weiß zwar nicht, wieso das Farbschema immer einschränkt. Ach, das ist mir wurscht. Ah, ja, ja, ja. Jetzt lag's aber. Hallo? Game on PC? Hallo? Spinn's jetzt? Hallo? Ich kann grad nichts mehr kontrollieren. Ich flieg mal kurz da rüber. Hallo? Hallo? Hallo, PC? Ich mach mal kurz Aufnahmen, ne, Pause. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder geht. Hey Leute, läuft das? Ja. Hey Leute, wir kommen zurück. Ähm, jetzt weiß ich, woran der Fehler lag. Ähm, mir hat irgendeine Datei auf dem Computer, hat mir irgendeinen Fehler bereitet. Und daraus ist mir grad der ganze PC abgeschmiert. Aber ich hab die Aufnahme sichern können. Und wir haben jetzt das alles abgebaut. Das will ich nochmal schnell rein. Dann hau ich nochmal kurz die Zuckerrohr ab. Plopp. Kurz warten. Oh, hier sind die Drops jetzt angekommen. Von dem Ganzen. Und der Computer war belastet, weil es war so viel. Äh, das war, sagen wir mal, es war nicht so viel, das war übels viel. Wieso kann ich das Ding nicht anbauen? Oh. Egal, es war übels viel. Und, ja, ich hab Flymoid drin. Uiuiui. What the f... Ach, ist das viel. Oh, ist das viel, ist das viel. Bis jetzt hab ich noch nie so viel gehabt. Ist ja krank. Das komplette. Warte, das rechne ich euch gleich mal schnell aus. Weizen, 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 weizen. Sogar paar Blümchen haben wir gekriegt. Oh, hier. Zucco. Blümchen. Jetzt kann man den Scheiß noch wieder ausmachen. Oh, ist Pikachu. Oh nein. Nein, das Wasser kommt. Die schaffen das nicht mehr. Die schaffen das nicht. Ja, und? Lass sie halt. Ähm. Mit Blumen kann man, glaub' ich, Farbe machen. Na, ich hab' ich jetzt nicht ausprobieren. Aber ich könnte... So. Guck. Und aus dem Weizen machen wir Brot. Nehmen wir 64 Brot. Und das können wir futtern. Aber jetzt nicht, weil wir grad voll sind. Ähm. Was kann ich noch zeigen? Ach so. Mir ist schon ein Fehler, Minecraft. Z.B. so, ich geh' auf Options, mach' easy. Okay, dann geh' ich auf... T. Fly. Zehn. Jetzt fliege ich. Guck mal auf Lebenanzeige. Bleib voll. Okay? Bleib voll. Wenn ich jetzt Fly und Leertaste drück, dass ich schneller fliege, da kann ich ganz schnell fliegen. Oh, da steige ich eigentlich nur hoch mit Leertaste. Jetzt muss ich kurz warten, bis es mal anfängt, ein bisschen wegzugehen. Fliegen wir mal ne Runde zur Monsterfalle. Ja, da hab ich etwas repariert, weil da die lieben Endermans mal wieder die Hälfte kaputt gemacht haben. Jetzt muss kurz die Welt nochmal laden. So, kurz. Und jetzt... Ich fliege zu den Wolkenkratzern. Hey, wenn ihr wollt, dass ich den Wolkenkratzer in... Keine Ahnung, zehnfacher Geschwindigkeit baue. Also, ich spiele normal. Und dann lade ich es zehnmal so schnell hoch. Also, zehnfach Geschwindigkeit spiele ich es ab. Und dann seht ihr halt, wie der zack, zack, hochgebaut wird. Wenn es euch interessiert, dann reiße ich den normal ab. Nein. Nein. Hilfe, wo bin ich? Ich bin auf... Tausend über mehr Schwiebel. Wir fallen. Nein. Oh. Nein. Ich hab mein Diamantschwert verloren. Mein Diamantschwert. Daaaa... Dumm. Diamantschwert. Komm. Komm. Gleich kommt's angeflogen. Betten. Bam. Da ist es. Aber ich will den Bug noch zeigen. Na, egal. Wäre voll nett, wenn ihr es im Facebook teilt, das Video oder bewertet. Positiv oder negativ. Ich bin Wayne. Und ein Abo wäre auch nett, wenn ihr weitere große Fallen sehen wollt. Wie auch immer. Ich hab schon mal die Monsterfalle hier gezeigt. Die kleine. Ja, da ist ein Bett. Lala. Gleich wird ein Creep oder so. Ha. Ah, da war nix. Ah, gut. Und... Ja. Danke. Tschüss. Musch F10. Da. Tschüss. 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 Tschüss.